Ein Sommergeid war das ruhiger und du hast das ganze Nordsee für dich. Doch das ganze Jahr übergift das Fehl zu entdecken bei uns. Hier gif dann nicht nur das Meer, sondern sogar ein Kohlmeer. So wie den Ur kicken kann. Oder mag doch mal den schönen Spaziergang an de Dig. Und wenn dat wer mal nicht so mitspielt, kickst du dir dat wat einfach von binnen an. Am Horfen gif dat fehl to kick. Und hier ist immer wat los. Vielleicht konntst du sogar ein paar frische Krabben wie in Kudav kriegen. Oder du magst in Stadtrundgang. Mit Kaffee und Köpen. Schön stränden morgen auch in die Herbst. Richtig Spass. Bei uns ist dat einfach immer schön. Ick doch mal lang. Besuch uns mal. Ich Development Aus use. Ich Aus 6. Vielen Dank.